Hallo meine lieben Digi-Ritter-Hannes, ich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Masters Online bzw. Road to Moon Millennium Mon und zwar dem Finale. Ja, in der letzten Folge habe ich nämlich Moon Millennium Mon, die Jogrest-Quest abgeschlossen und schauen wir uns doch erstmal an. Also, ich nehme diesmal mein Machine Drummon als Beispiel und dann entwickeln wir es, also digitieren wir es und so sieht Moon Millennium Mon hier im Spiel aus. Einfach wie so eine Art Drachengeist, der in einem Kristall eingeschlossen ist. Nicht schlecht, was haben wir hier? Seine F1 ist Death Crystal mit 4531 und Dimension Destroyer mit 11.544 und das ist alles noch ungeklont. Also, ich weiß gar nicht, wie seine Attribute und so aussehen würden, also wie seine Fähigkeiten aussehen würden, sobald ich ihn klone. Aber ich möchte ihn mir jetzt trotzdem mal anschauen und testen wir ihn doch mal beim Infinite Mountain aus. gegen eins der stärkeren Digimon, also gegen eins der Digimon hier. Gegen eins der stärkeren, ist jetzt Blödsinn zu sagen. Aber wir schauen uns das auf jeden Fall mal an. So, schauen wir erstmal Death Crystal. Oh, mir gefällt die Animation. Und auch seine Angriffsanimationen sehen richtig gut aus. Also einmal schlägt er zu und er tut dann diese Kristalle aus dem Boden schlagen, die dann den Gegner durchdringen. Oder er beschwört diese Kristalle hinter sich und tut dann Strahlen aus dem abfeuern. Gefällt mir. Death Crystal haben wir gerade schon gesehen. Er schafft einfach einen Kristall in den Gegner und lässt diesen dann auseinander zerspringen. Und die F2 haben wir uns noch nicht angeschaut. Dimension Destroyer. Okay. Er schafft diese Wand und in dieser Wand lässt er dann einfach eine Explosion auftauchen. Aber da finde ich die F1 deutlich besser. So. Ah! Da sieht man, hat man jetzt auch schön so eine Galaxie beziehungsweise wahrscheinlich hier die Dimensionen gesehen. Hier in der Mitte. Da. Mit Galaxien und so. Interessant. Aber da würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das Ding denn, also wie die Werte denn dann aussehen, wenn man den ein bisschen klonen würde. Aber so bisher finde ich den nicht schlecht. Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr Moon Millennium Mon? Mir gefällt zwar im Allgemeinen das System dahinter nicht, also mit den, weil die Base Digimon sind ja dieselben wie zum Beispiel bei äh, beim normalen Millennium Mon, dass man da nicht einfach hätte zwei Joggers machen müssen, also für dieselben Digimon, dass man nicht unterschieden, dass man nicht, äh, dieselben Digimon mehrmals haben muss, um die anderen Joggers zu haben. Und dass sie den Paladin-Modus, äh, als Imperialdramon eingeführt haben als Joggers, weiß ich nicht. Also ich hätte es besser gefunden, wenn die den dann einfach als zusätzlichen Joggers äh, für die existierende Line angeboten hätten, oder den Burst-Modus komplett rausgenommen hätten und dafür dann den Joggers-Modus. Das hätte ich besser gefunden. Weil die, äh, weil bei denen, bei der V-Mor-Line kann, können ja glaube ich keine Armort-Digitationen vollführt werden. Aber es ist wieder mal ein System, also, ähm, Prinzip von Game King, dass die ja irgendwie Geld verdienen wollen mit Sachen, die die einführen. So, dann schauen wir uns noch an. Die Attacke, wenn die weiter weg ist, sieht die deutlich besser aus, als wenn man nah dran ist, meiner Meinung nach. Weil jetzt, wenn man nah dran ist, steht man halt, sieht man halt den Kreis und so nicht komplett. Deswegen. Aber wie bei allen anderen Joggers-Digimon kann man hier keine Skill-Points mehr verteilen, sondern kann das halt nur noch durchs Klonen verbessern. Aber 11.000 ist meiner Meinung nach jetzt nicht ein schlechter Wert. 11.544 Da wäre ich jetzt dafür, dass sie, ich müsste ja noch, glaube ich, ein paar normale Klone haben. Also ein paar normale Digi-Clones. Also, ich meine jetzt die Digi-Clone D. Da könnte ich mal nachschauen. Äh, wie sich denn schon ein paar Klones jetzt darauf auswirken, äh, auswirken würden. muss ja nur den Angriffswert hochbekommen. Das Halloween-Event ist ja immer noch voll im Gange und ich habe alle möglichen anderen Buchstaben, nur mir fehlt halt das N. Das H habe ich 25 Mal, A 5 Mal, L 11 Mal, O 13 Mal, W 36 Mal und das E 8 Mal. Mir fehlt halt nur das N. Einmal habe ich das N schon gehabt, deswegen habe ich eine von diesen Combination Boxes schon bekommen, aber ich würde gerne noch ein paar N's sammeln, gesammelt bekommen, äh, bevor äh, das Event zu Ende ist. Aber damit ich diese noch stärkere Box bekomme. So, ne, ich habe leider nur Digi-Clone C. Reinforced. Ja, das ist blöd. Ich kann mal gucken, ob im Channel 1 jemand ist, der mir da vielleicht einen Reinforced Digi-Clone D kaufen können, äh, verkaufen könnte. Reinforced B hat hier jemand, brauche ich aber nicht, brauche ich Reinforced D. hier. Aber 1 Terrar kostet das und ich habe nur 1,3. Naja, was macht man nicht alles fürs Video? Ich bin halt keiner, der in diesem Spiel extra hingeht und Geld farmt. deswegen bin ich immer sehr, sehr knapp bei Kassel hier drin. sehr schön. Sehr schön. Da können wir zumindest schauen, was denn überhaupt ein Digi-Clone jetzt schon gebracht hat. Oh, ist nicht mal aus der Evolution rausgegangen. Sehr schön. So, jetzt haben wir immer noch 11.544. Hä? Eigentlich müsste der Wert doch hochgegangen sein. es zeigt hier trotzdem noch 0 an. Hey, das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt absolut nicht. Na, ich bin aber aktuell dabei so als kleines Projekt nebenbei bin ich aktuell noch dabei meine restlichen Spirits die ich habe hochzuleveln und die dann in Shining Spirits umzuwandeln und die dann zu verkaufen. Aber damit ich mal wieder ein bisschen in-game Geld bekomme. Weil ich meine ansonsten sind die ja nur bei mir also liegen die ja nur bei mir rum und bringen mir nichts. Einen habe ich glaube ich schon. Einen Shining Spirit müsste ich haben. Ja, Spirit of Shining Thunder B habe ich noch. Den habe ich auf jeden Fall noch. Also was heißt noch? Den habe ich schon. Ich weiß aber auch nicht wie die aktuellen Preise denn sind für Shining Spirits. Ich sehe hier jetzt auch gerade keinen bei dem ich erst nachgucken könnte. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr das wisst. Am besten die Preise für hier den Lilithmon Server wäre auf jeden Fall super. Aber die Laufanimation mit den Händen die hin und her wackeln finde ich auch ganz gut ganz gut gemacht einfach weil das ein schwebender Kristall ist und der trotzdem dann irgendwie noch eine Animation hat als ob der laufen würde. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Wir sind erst bei zwölf Minuten. Ich könnte mit die ein paar von meinen Monsterkarten clearen. Damit ich die dann mal aus dem Inventar raus habe. Alter der Channel 1 ruckelt ja wie Sau. Na ist ja klar der ist ja so voll. wahrscheinlich muss ich die Werte dann noch ein bisschen besser ausklonen damit die sich verändern. holy shit bei Susannomon hat schon der erste Rainforce Digiklon was an den Werten verändert. Hallo? Na ja aber immerhin der Skill hat ein bisschen Wert. Reichweite meine ich. Also das ist schon mal was Positives dass der Wert also der Wert sage ich schon der Skill dem Menschen Destroyer ein bisschen Reichweite hat. Bei meinen anderen weiß ich das jetzt gerade nicht wie viel Reichweite der hatte. Aber diese Angriffsanimationen gefallen mir. So schauen wir mal die Range von der F1 Oh nice komplett schöne lange Range Skills Also Moon Millennium und Mon gefällt mir jetzt schon mal ganz gut. Und ich weiß nicht mal ob es sich wirklich lohnen würde den Imperial Dramon Paladin Modus Jogress jetzt irgendwie zu machen weil die Frage die sich für mich stellt ist ja von den Werten her wird er wohl anders sein weil er ein Jogress ist aber ich meine jetzt eher von den Skills sind die Skills andere oder sind das dieselben die auch beim Burst Modus dabei sind das wäre jetzt so die Frage noch die sich mehr stellen würde also wenn jemand von euch was weiß gerne in die Kommentare damit weil aktuell bin ich mir nicht sicher ob es sich für mich jetzt irgendwie lohnen würde außer jetzt noch einen weiteren Jogress im Spiel zu haben außerdem würden das Package sich mitzuholen lohnt sich für mich jetzt aktuell auch nicht da ich noch Growth Fruits von dem einen Event habe vor ein paar Wochen und deswegen kann ich mir auch die ganz normalen Eier holen was günstiger ist plus dann noch das Evolutions Slot Item oder ist ein Package günstiger Moment Ah ne ok das Package ist definitiv ok ja das ist definitiv günstiger weil man ja von diesen Holy Rings zwei Stück braucht und die kosten 39 aber ok das ist jetzt nur ein bisschen mehr was es kostet ok im Package kriegt man ja auch noch ein paar Sachen sowas wie Datas oder so aber ich weiß nicht das lohnt sich für mich aktuell eher weniger also mal gucken also die Karten cleart ist ok meiner Meinung nach also mir gefällt das Design auf jeden Fall mir gefällt mir gefallen die Animation von den Angriffen und auch von den Auto Attacks richtig nice schreibt mal was euch dazu einfällt in die Kommentare ob es euch gefällt das Digimon oder was euch daran nicht gefällt vielleicht ja bis auf jetzt das was ich schon genannt habe dass man eben diese zwei weiteren Digimon dafür braucht und es nicht Teil des normalen Millennium Mons ist also den normalen Millennium Online dass man einfach ein zweites Jockers hinzufügen würde aber wie gesagt das sind die Kommentare auf jeden Fall dass einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und ich würde sagen dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder haut rein ciao ciao